Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Offensichtlich haben die, die Jesus predigen gehört haben, einen Unterschied bemerkt. Sie haben gemerkt, in der Art und Weise, wie der predigt, da ist was dahinter, was sie von denen, die davor geredet haben, von den Vorrednern, nicht kannten. Die Schriftgelehrten, wirklich, ich möchte nicht richten und urteilen über sie, ich weiß nicht, wo ich gestanden wäre damals, muss man immer aufpassen, mit dem Richten und Hinzeigen. Aber offensichtlich war das, was die gebracht haben, mehr ein Regelwerk und ohne viel Leben dahinter. Und jetzt steht da dieser Jesus und predigt und lehrt in der Synagoge und alle so, was ist das? Das ist so anders, das ist so mit Vollmacht, also voller Macht. Du hast es bemerkt, ja. Also Jesus diente hier auf der Erde mit Vollmacht und Kraft und beides war wichtig. Beides war wesentlich in seinem Dienst. Wir haben schon viel gehört über diese Kraft, diese wunderwirkende Kraft, oder? Darüber predigen wir immer wieder, das ist die totenauferweckende, heilende, die wunderwirkende Kraft Gottes. Und auch Jesus und seine Jünger dienten beide, also alle in beidem. Die haben gedient mit der Kraft und in der Vollmacht, die sie von Gott bekommen haben. Und im Lukas 9, 1 können wir das lesen. Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheit. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Vollmacht und Kraft, das ist beides das Gleiche. Ist es aber nicht. Es sind zwei unterschiedliche Wörter im Urtext, also wenn ich sage Urtext, das ist im Altgriechischen die ältesten Zeittextzeugen, die wir haben von der Bibel, vom Neuen Testament, sind in griechisch geschrieben. Das freut den einzigen Griechen in diesem Ort. Wir haben hier zwei Wörter, das eine ist Dynamis, das kennen wir, die Dynamiskraft. Kraft, Dynamo-Kiev, das will uns sagen Kraft, ja, Dynamit. Das alles kommt vom Wort Dynamis, wunderwirkende, wirklich zersprengende Kraft, wirklich die Gedankenmuster in dir zersprengen kann, die Depressionen wegsprengen kann, die Krankheiten wegsprengen kann. Dynamis, wunderwirkende Kraft. Ja? Amen. Sehr gut, du sitzt da gut. Und dann gibt es Exousia. Und das ist das Wort, das hier im Urtext steht, wo sie sagen, was ist das, was das für eine Vollmacht? Exousia. Und da habe ich eine Folie dazu, wo so Exousia ist, die ungehinderte Möglichkeit und Handlungsfreiheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sie so angesprochen hat, der war so frei in dem, was er gemacht hat, Jesus. Vollmacht macht frei. Wenn du da stehst in Vollmacht, predigst und lehrst, machst du es in Freiheit, Handlungsfreiheit, Autorität, die Freiheit und das Recht auch etwas zu tun. Es ist auch in der Rechtssprache Exousia, die Vollmacht, die Bevollmächtigung und Herrschaft und Vollmacht. Und es kommt ein paar Mal vor, 103 Mal im Neuen Testament. Diese Worte wurden damit übersetzt, nur so für die Sprachforscher unter uns. Das ist reichlich sicher an der Zahl hier. Exousia ist geistlich gesehen eine Salbung Gottes. Wenn du sagst, okay, was ist eine Salbung? Eine Salbung ist eine Bevollmächtigung von Gott, das ist eine Ausrüstung Gottes. Eine übernatürliche Ausstattung, die wir alle brauchen im Leben. Und das war heute alles so gesalbt schon. Der Lobpreis war so gesalbt. Der Input war so gesalbt. So eine schöne Schriftstelle zum Opfer. Puh, war ein Hammer. Bin schon sehr gesegnet. Und das macht den Unterschied. Die Salbung Gottes macht den Unterschied. Das macht den Unterschied zu dem, was vermutlich die Schriftgelehrten gemacht haben. Das war mehr so Info, Text und vielleicht mit erhobenen Zeigefingern. Aber die Vollmacht Gottes ist das, was frei macht. Und wir brauchen beides. Wir brauchen Dynamis und Exousia. Und vergleichen wir es mal mit einem Krimi. Irgendwann habe ich zugegeben, ich schaue ganz gern Krimis. Also die ohne Haut und ohne viel Blut. Gibt es auch. Hubert und Staller zum Beispiel. Hubert und Staller Fans unter uns. Wenn man es vergleicht mit einem, oder wer auch immer. Wenn ein Polizist zum Beispiel wohin kommt, an ein Haus anklopft und möchte rein. Normalerweise, was machen sie? Sie zeigen ihr Mackerl her, gell? Also der so, oder zeigen sie mir mal ihre Marke, falls er falscher Polizist ist. Dann wollen sie wissen, kannst du dich legitimieren? Kannst du mir zeigen, dass du das darfst? Also hat der Polizist eine Polizeimarke. Wenn du ein Problem mit Polizisten hast, können wir nachher beten. Das sind auch coole Menschen. Und er hat eine Ausrüstung. Also er hat nicht nur die Bevollmächtigung, sondern er ist auch ausgerüstet worden. Er hat vielleicht auch Puffen oder Handschellen oder was auch immer. Natürlich nur zum Guten. Und so ist es mit Gott auch. Er hat uns ausgerüstet. Er hat uns bevollmächtigt und ausgerüstet. So hat er es mit Jesus auch gemacht. Den hat er nicht nur auf die Erde gestellt, sondern er hat ihn bevollmächtigt und ausgerüstet. Also all das, was Jesus dann hat, hat er gemacht, weil er eine Zurüstung bekommen hat. Nämlich Dynamis und Exoziah. Und wir werden über beides sprechen. Ich finde beides voll schön, voll stark. Wichtige Worte, aber er hat ein bisschen mehr Fokus auf der in der ersten Folie erwähnten Vollmacht. Exoziah. Wir werden uns anschauen, wie Jesus in Vollmacht gedient hat. Wie er sie delegiert hat an seine Jünger. Und auch, was es jetzt für dich und mich bedeutet. Ich finde immer, eine Predigt sollte relevant sein, anwendbar. Soll für dich heute jetzt einen Unterschied machen können. Und deswegen schauen wir uns das als drittes auch an. Danke Jesus, dass du mir dabei hilfst, auch den Zeitrahmen halbwegs einzuhalten. Halleluja. Gut, wir starten mit Jesus. Ich habe zwei coole Beispiele. Könnt ihr euch noch erinnern an den letzten Gottesdienst? Ihr wisst noch, großer Glaube, ja? Halleluja. Den braucht es. Wir starten mit Jesus. Markus 1, 23 bis 26. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Der ist irgendwie an den Ordnern vorbeigeschlüpft. Und er schrie auf und sagte, Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Interessanter Plural, ja? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist. Der heilige Gott ist. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme. Fahre aus von ihm. Interessant. Jesus ist jetzt nicht wirklich großartig eingegangen, auf dieses Gespräch, das er da eröffnen wollte. Bist du gekommen und blablabla hat er gesagt, Halt zusammen, tschüss. Unterm Strich. Leise sein, weggehen. Und dann haben sie recht lang gekämpft und gerungen. Nein, er ist sofort ausgefahren, weil Jesus hatte Exousia. Vollmacht. Ich wollte ja auch eine Objektlektion machen, aber überlegt, mit zwei Gläser nicht leer, ein Getränk in eins und in anderen nichts. Und dann sage ich, das ist voll, das ist nix. Wenn Jesus voll, was ist dann im anderen nix? Könnt ihr euch vorstellen. Also Vollmacht. Jesus ist voller Macht. Ich finde das so schön, dass wir nicht einen ohnmächtigen Gott haben, sondern vollmächtig. Der befiehlt und Ende Gelände. Sturm, leise. Wellen, Ruhe. Vollmacht. Jesus war voll bevollmächtigt. Zweite Begebenheit kommt dann in Markus 5. Da schauen wir uns eine Begebenheit an, wo es mit einem Dämon zu tun hatte. Das waren gleich ein ganzes Büschel Dämonen. Eine ganze Legion Dämonen. Und eine Legion, habe ich natürlich nachgelesen, sind so 3.000 bis 5.000 Soldaten in der römischen Armee. Also ein Haufen Dämonen. Ich weiß nicht, ob die alle gleichzeitig geredet haben, aber gut. Schauen wir mal, wie Jesus mit einer Überzahl umgeht. Also wirklich einer deutlichen Einer gegen 5.000. Also zur Geschichte, Jesus steigt aus dem Boot raus und es läuft ihm einer aus den Grabhüllen entgegen. Und ich habe mir das so vorgestellt. Das ist so cool, weil ich wäre weglaufen vermutlich. Aber Jesus ist stehenbleiben. Weil wenn da einer aus den Grabhüllen herausgehüpft kommt, weiß nicht. Ich meine, wir halten heute schon Abstand, aber von so an. Gut, wir steigen in Vers 6 ein. Markus 5, Vers 6. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Das finde ich auch interessant. Er lief auf ihn zu und warf sich nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus, da wäre ich schon weg gewesen, und rief, Was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Interessant, dass die Dämonen immer gewusst haben, wer hier steht. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte dem Geist schon befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Da fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete aber gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Warum Rimmer ist auch nicht der Punkt. Jesus erlaubte es ihnen, da fuhren die bösen Geister aus aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Der Mann, der von den Dämonen besessen war, saß dann ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Jesus hat diese Dämonen weggeschickt, sie haben gehorcht und was hat der Mann erhalten dafür? Freiheit. Wir wissen, das ist der Gerasener, der hat sich mit Steinen geschlagen, den haben sie nicht binden können, egal welche Ketten sie genommen haben, dann haben sie Stricke genommen, der hat das immer zerrieben, also der hat mit den Dämonen sich immer wieder in diesen Grabhöhlen, weiß nicht, was man da so macht, aber er war gebunden und wer sich selber schlägt, ist gebunden. Und dann saß er da, vollkommen klarer Verstand, Jesus hat Freiheit gebracht, weil er Exousier ausgeübt hat. Er hat es nicht nur gehabt, er hat es auch verwendet. Weil wenn irgendwo was passiert und der Polizist kommt nicht, sondern weiß, im Handschuhfach hätte ich es, aber macht nichts. Jesus hat gehandelt, immer geleitet vom Heiligen Geist. Wir wissen, Jesus hat ganz viel Zeit verbracht mit seinem Vater im Gebet und hat gewusst, er hat gesagt, ich sage, was der Vater sagt, dass ich sagen soll, ich tue, was der Vater sagt, dass ich tun soll. Aber er hat so bestohnt, und das finde ich sehr schön, ich liebe das Wort, das Wort Menschensohn. Er hat gesagt, ja, ich bin ein Mensch hier auf Erden, ich bin ein Menschensohn, geboren von einer Frau, von meiner Mama, der Maria. Also ich bin ein Menschensohn, aber er hat immer die Beziehung zu seinem Vater im Himmel auch gehabt. Und er hat gewusst, das ist diese Quelle, das Irdische und das Göttliche. Er hat gewusst, ich bin sein Sohn. Amen. Halleluja. Jetzt denkst du da vielleicht, ja, warum haben diese unreinen Geister gehorcht? Warum sind die weggegangen? Du sagst vielleicht, na ja, das ist Jesus. Na hallo, Jesus ist Gott. Wenn Gott was sagt, dann passiert es. Aber es ist eigentlich nicht ganz die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist, dass Jesus hier als Mensch gedient hat. Im Philippa 2, Vers 7, den kennt vielleicht der eine oder andere, steht er, Jesus, entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Jesus, Gott, nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch. Indem er den Menschen gleich geworden ist. Also Jesus diente hier auf dieser Erde als Mensch. Jesus kam als Mensch auf die Erde. Er wurde müde wie ein Mensch. Er wurde traurig wie ein Mensch. Er wurde hungrig wie ein Mensch. Er hat geweint wie ein Mensch, ja. Er hatte Spaß wie ein Mensch, bin mir sicher, dass Jesus auch sehr viel Spaß gehabt hat mit seinem Gefolge. Er war der Menschensohn. Ein Mensch, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und das Schöne ist, dass er uns vorgelebt hat, dass ein Mensch, empowered, also ausgerüstet, mit Exosier und Dynamis, Wunder wirken kann. Und das ist das Schöne. Wenn du diese Sachen liest von Jesus, Wahnsinn, das konnte ja nur er, aber er hat es uns eigentlich vorgelebt. Er wollte, dass wir ihm nachfolgen. Er ist mit seinen Jüngern durch die Gegend gegangen. Er hat sie trainiert. Er hat es ihnen vorgelebt. Und dann, was hat er dann gemacht? Er hat es weiter delegiert. Aber wenn du jetzt, die gute Nachricht ist, wenn du in der Bibel etwas liest, wenn du zum Beispiel siehst, wie er Dämonen austreibt, dann kannst du das auch. Wenn du siehst, dass er krank geheilt, dann kannst du das auch. Wenn du siehst, dass er Zeichen und Wunder tut, dann kannst du das auch. Geleitet, inspiriert durch den Heiligen Geist und empowered von Gott. Also du bist das Vehikel, aber du kannst es. Die 2. Korinther 5,20 sagt uns, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Was soll das heißen? Wir stehen jetzt da. Oder? Wir sind jetzt da. Wir sehen ja ihn jetzt ja gerade nicht. Wir sind jetzt da. Und in dem ersten erwähnten Beispiel mit dem unreinen Geist, schauen wir uns mal die Reaktion von den Leuten an. Wie haben die Leute rundherum reagiert dann? In Markus 1,27 und 28. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in der ganzen Gegend von, also Galiläas. Also er predigte, er wirkte und lehrte in Vollmacht. Und ich glaube, das ist das, was Jesus auch so attraktiv gemacht hat für die Leute. Der redet nicht nur, sondern da passieren die Dinge. Jesus hat das ausgestrahlt, diese Vollmacht. Ich glaube, im Markus Evangelium relativ am Anfang wollten sie einen Abhang runterstürzen. Und die ganze Menge haben ihn rausgetrieben bei der Stadt und wollten ihn runterstoßen. Und ich liebe es so sehr, weil es geht weiter, er dreht sich um und ging durch die Menge. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn du eine gewisse Autorität ausstrahlst. Abgesehen davon, dass es nicht der Zeitpunkt war, für ihn zu sterben, aber er ist einfach durch die Leute durchmarschiert und keiner hat ihm was angehabt. Und ich liebe es so sehr, dass mein Jesus so ist. Nicht so schade, so schade solche Bilder. Ja, ich bin schon auch fürs Zerbrochen sein und Dinge, aber Jesus ist der brüllende Löwe, oder? He's a roaring lion. Also eine der Definitionen von Exousia, die hat mir auch ganz gut gefallen, ist die Vollmacht, dass der Wille und der Befehl einer Person durch andere befolgt werden muss. Das ist Vollmacht. Nicht so Dreiviertelmacht, sondern Vollmacht. Und als Jesus als Mensch dem Geist befohlen hat, zu gehen, war die Autorität, die Exousia dahinter und der Geist musste dem Befehl gehorchen. Du sagst vielleicht, ja, aber wieso konnte sich der Dämon nicht wehren? Die hätten ja ein bisschen kämpfen können. Well, Matthäus 28, Vers 18. Mir, Jesus, ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und auch hier wieder das Wort Exousia. Jesus hat die Vollmacht. Er hat die ganze. Pastor Freud sagt immer, wenn Gott die Vollmacht hat, dann hat der Feind gar nixi, sagt er. Das ist vermutlich oberösterreichisch. Dann hat der Feind keine Macht. Er möchte uns vorgaukeln, aber er hat eigentlich keine Macht. Amen. Der coole Teil ist, dass Jesus das vorgelebt hat, aber dann auch seinen Jüngern delegiert hat. Wir haben es vorher schon in Lukas 9 gesehen, aber schau mal in Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und Dunamis quasi jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also er hat sie nicht leerlos geschickt, er hat nicht so gesagt, okay, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das mache, jetzt bitte geht durch die Dörfer, predigt und legt den Kranken die Hände auf. Er hat sie ausgestattet. Wisst ihr, Jesus konnte bis dahin immer nur an einer Stelle sein, konnte nur an einer Stelle predigen und lehren und den Leuten Hände auflegen, also hat er welche ausgebildet und ausgesandt. Zuerst einmal 12, dann 72 und dann sitzt jetzt du da. Also er, ja, es ist so gut, er hat gesagt, es ist so gut, dass ich weggehe. Es ist so gut auch für die Erde gewesen, dass Jesus weggangen ist, weil er hat dann alles delegieren können. Er hat dann beauftragt, dich und mich als Botschafter an Christi statt. Halleluja. Es ist so gut, er hat sie nicht nur ausgestattet und ausgesandt. Jetzt vergleiche ich es einmal mit einem uns bekannten Feuer. Wenn man, der Roland zum Beispiel ist, ein gutes Beispiel, ist am Flughafen für die Feuerwehr verantwortlich, unter anderem und für die anderen Blaulichtdienste. Und wenn der zum Flughafengelände kommt, hat er einen, nehme ich an, so eine Karte, mit der er wo rein kann. Ich habe die nicht. Aber der Roland kam damit in verschiedene Bereiche, wo er bevollmächtigt ist. Aber es ist nicht nur das, sondern er hat da, wenn es einmal wo brennt oder was, was wir nicht wollen, aber er hat die ganze Ausrüstung auch. Und er hat das Training. Also was wir brauchen, ist die Bevollmächtigung, das Training. Training ist so wichtig. Und die machen das nicht einmal, die machen das ständig. Wenn du einmal vorbeifahrst an einer freiwilligen Feuerwehr, denkst du, den Schläuchen, das müsst ihr jetzt schon haben, aber das macht die ständig. Da wird mitgestoppt und dann was weiß ich, was die alles machen. Ich bin ja nicht so ein Vollprofi, aber wichtig ist, dass du bevollmächtigt bist, Zugang hast, Ausrüstung hast und Training. Und genau das haben wir von Gott erhalten und das Training kannst du dir selber holen. Ja, so viel du willst. Oder auch so wenig du willst. Aber ich bin dafür, dass wir uns... Bitte nicht. Genau, bitte viel. Halleluja. Wie sind dann die Jünger mit dieser Bevollmächtigung, Ausrüstung und Training umgegangen? Weil die haben first hand, die haben alles liegen lassen, die sind gegangen mit ihm. Er hat sie auch auserwählt. Das ist ja auch interessant, wenn du durch die Evangelien gehst, da stand eine ganze Schar von Jüngern und er hat sich zwölf ausgesucht. Okay, mit denen mache ich jetzt einmal ein intensiveres Programm. Und die waren bei ihm. Dazu hat er sie als erstes berufen, dass sie mit ihm sind. Du bist auch dazu berufen, dass du mit ihm bist. Als erstes einmal. Wer am besten lernst, vom Besten. Oder? Jesus ist der Beste. In allem. He is always the number one. Halleluja. Und er hat sie ausgebildet und dann in Markus 6,13. Ich glaube, ich halte heute meine kürzere Predigt. Ich habe sie mich jetzt immer in den letzten Wochen bemüht und es ist dann immer so ausgeartet. So, Markus 6,13. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Was haben sie gemacht? Sie haben mit Exossier Dämonen ausgetrieben. Sie haben ihre Vollmacht eingesetzt. Ich habe gesagt, du weg, weil hinter vielen Krankheiten, nicht hinter allen, steckt jetzt ein Dämon und ich habe das letzte Woche schon angesprochen, der Vollständigkeit halber, wenn du von neuem geboren bist, ein Christ bist, wird kein Dämon in dir wohnen. Er wird versuchen, dich zu belästigen. Das kann sein. Dass Dämonen kommen und mit Depression oder was auch immer dich belästigen oder mit Symptomen, aber du kannst sie wegschicken. Auf das kommen wir dann noch. Aber sie haben die Dämonen ausgetrieben, weil die waren ja alle nicht von neuem geboren. Die haben Dämonen ausgetrieben und salbten viele Schwache und heilten sie durch Dynamis. Wir haben wieder Exossier und Dynamis. Vollmacht und Kraft. Halleluja, ich liebe es so sehr. Gut, ein paar Fragen, ob ihr jetzt zugehört habt. Ich stelle eine Frage und die Antwort ist entweder Dynamis oder Exossier. Okay? Das soll zum Wachbleiben. Also, wenn sie den Kranken die Hände aufgelegt haben, welche Kraft war am Wirken in den Kranken, die sie gesund machte? Ja, es waren schon einmal vier, die geantwortet haben. Das ist schon einmal. Und wenn sie Dämonen ausgetrieben haben, dann war das? Ja, so brav, ja. Und was ist jetzt wunderwirkende Kraft? Dynamis. Richtig. Ich habe Exossier nicht gehört da jetzt. Und was ist göttliche Autorität und Vollmacht? Ja, das war jetzt nicht schwer. Okay? Okay, Jesus hat diese Vollmacht und Kraft seinen Jüngern gegeben und darin haben sie gedient. Ja? Der Heilige Geist war auf ihnen, mit dem haben sie gedient. Später dann, Pfingsten. Ich meine, wir haben jetzt bald Pfingsten versäumt diesen Gottesdienst nicht. Wenn du noch nicht voll des Heiligen Geistes bist, noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, komm, es wird eine coole Predigt geben. Aber dann ist die Dynamis in uns gewandert. Jeder, der von uns der Geist getauft ist, hat diese Kraft Gottes in sich. Halleluja! Also wenn du Christ bist, also glaubst, dass Jesus der Herr ist, dann hast du ein Paket bekommen von Gott. Er hat dich bevollmächtigt und mit Kraft ausgestattet. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das, dass wenn du, sagen wir ein Beispiel, du leitest deinen Hauskreis und du hast deine Lehre vorbereitet, dass du das in seiner Vollmacht und Kraft tust? Es ist mein Gebet, bevor ich mich hierher stelle, ist, Herr, ich brauche wirklich von dir die Vollmacht und Kraft dafür. Weil sonst sind es nur, ja, vielleicht sind es nette Worte, aber wir brauchen Vollmacht und Kraft, weil das hat Durchschlagskraft. Das ist es, die wunderwirkende Kraft, die du in deinem Leben brauchst, die ich in meinem Leben brauche. Und das war heute schon so stark im Lobpreis und der Anbetung. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass Leute sich wirklich abholen von Gott und ihn so sehr lieben und loben und preisen. Und da passiert so viel Gutes im Herzen auch. Das liebe ich so sehr an dieser Gemeinde, dass wir eine lobpreisende, anbetende Gemeinde sind. Amen. Ein kleines Lob am Rande, weil ihr schon den Test so gut bestanden habt vorher. Halleluja. Ich habe es vorher schon eingangs erwähnt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, das heißt, er hat uns ausgestattet, er hat dich bevollmächtigt. Und es ist wichtig, dass du dir dieser Uniform, wenn du sagst Uniform, das ist nur für die böse Seite, irgendwann mal, wenn wir alle weiße Kleider anhaben, da wirst du dann schauen mit der Uniform. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dass du diese Ausstattung, diese Ausrüstung von Gott bekommen hast, das ist so wichtig und im Glauben wandelst, dass das so ist, das ist so wichtig. Lass dich nicht belügen. Der Feind versucht, da Dinge auszureden. Was wüsst denn du, du Würstel? Ja, Moment einmal, aber Würstel mit Autorität und Kraft. Können wir kurz diskutieren, da sind Säue da drüben, ich sag's nur. Ich sag's nur, fahr aus. Der Teufel kommt wie ein brüllender Löwe, er ist kein Löwe, das wissen wir. Er versucht, dich zu belügen mit Geräuschkulisse und was weiß ich, aber eigentlich hat er keine Macht über dich, weil Jesus in dir lebt. Ja? Er hat keine Macht, er versucht dich nur rauszuholen aus dem Segen, hineinzulegen, Fallen zu stellen. Ja? Lass dich nicht anlügen und wenn du dich mal anlügen lässt, ja dann, komm mit der Wahrheit und sag, es steht geschrieben, so wie Jesus, es steht geschrieben, es steht geschrieben, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist mir halt so groß geworden, halt auch im Lobpreis, jetzt habe ich ihn das dritte Mal gelobt, jetzt ist es super, echt stark. Halleluja. Siehst du jetzt gerade deine Staatsbürgerschaft im Himmel, kannst du das herzeigen, den Zettel? Nein, nicht wirklich, oder? Kannst du diese Uniform, kannst du das herzeigen, Dunamis, Exousia, wo es wird, eine Maske hätte ich. Also ich kann jetzt weder Dunamis noch Exousia herzeigen, das heißt, ich muss glauben, dass das, was Gott gesagt hat, dass er mir es gegeben hat, dass er mir es gegeben hat, oder? Dir auch. Uns allen, er ist kein Ansehender Person, er hat uns allen Dunamis und Exousia gegeben. Es sind göttliche Dinge von ihm, die durch dich wirken sollen. Jetzt nicht nur das für unsere kleine Sohn, da möchte ich jetzt herumbefehlen und da, sondern geistgeleitet, ja? Nicht so, ich verstehe das eh, ich laufe schon wieder offene Türen ein hier, Hebräer 11, Vers 1, der Glaube, aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, das heißt, ich halte fest daran, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es so ist. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin von neuem geboren, ich bin gerecht gemacht durch Jesus Christus, Halleluja, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Amen. Es ist, jetzt wird's, Spoiler. Also wenn du an Jesus glaubst, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann hast du das Recht bekommen, sein Kind zu sein. Ich meine, wie ich das dann gestern gesehen habe, gegen Ende der Vorbereitung, dass im Johannes 1,12 hier auch exousier steht, Gänsehaut. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er hat ihnen das Recht gegeben. Er hat uns adoptiert, in seine Familie hinein. Da wollte er dich immer schon haben. Und er ist so glücklich darüber, dass du jetzt sein Kind bist. Und er sagt, okay, du hast meine Nachnamen. Du hast meine Nachnamen, und mit meinem Nachnamen darfst du Dinge tun. Ja? Ich weiß, was ich. Lustiger Vergleich, danke. Keine Ahnung. Eine große Firma. Sagen wir mal eine große Hotelkette. Sagen wir Hilton. Die Paris Hilton, wenn es wo hingeht, der Nachname hilft. Der hilft. Da kannst du dir gehen. Ja. Kann um einander Sachen sagen. Du bist nicht die Paris Hilton. Ich bin nicht die Paris Hilton. Könnt ihr euch entspannen. Aber wir haben den Namen Gottes über unserem Leben stehen. Wir sind Kinder Gottes. Und Kinder haben Vorrechte, die andere nicht haben. Aber du als Kind Gottes hast Vorrechte. Du darfst immer zu ihm kommen. Du darfst immer zu ihm. Du bist ihm. Er ist noch ein besserer Vater als die Besten, die da einfallen. Er ist da nicht genervt, wenn du kommst. Du kannst zu ihm kommen. Du hast Vorrechte und Vollmacht bekommen von ihm. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. Das ist eine der wichtigsten Wahrheiten, die du da drinnen über dein Herz schreiben kannst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und beauftragt, ein Leben zu leben, voller Leben und mich führen und leiten zu lassen von ihm und hier die Dinge für ihn zu tun, für sein Reich. Amen. Nein, das wollen wir doch alle. Ich weiß, ihr wollt das. Wir wollen für ihn laufen, weil es ist ein Leben voller Leben. Es ist nicht ein Leben ohne Herausforderungen, ohne Probleme, ohne Gegenwind. Nein, es ist nicht. Was haben wir letzte Woche gesagt? Beharrlichkeit. Der Gegenwind macht dich stärker. Wenn du in die richtige Richtung gehst. Wenn nicht, dann blaster dich davon mit voller Wucht. Halleluja. Der macht dich stärker. Du bist nicht mehr ohnmächtig. Ich möchte das heute zurufen. Ich möchte, dass du weißt, dass du nicht ohnmächtig bist. Dass die Dinge, die daherkommen mögen, dich nicht überwältigen müssen automatisch. Wenn jetzt ein Anflug von entmutigenden Gedanken kommt, ein Unberechtigter, nein, ein Anflug entmutigender Gedanken, dann kannst du sagen, na, das nehme ich nicht. Das lade ich nicht down. Diese Cookies nehme ich nicht. Das nehme ich nicht. Nehme ich nicht. Und das ist diese Exousia, die du ausüben kannst, wenn etwas daherkommt, das dich verdammen möchte. Nein, das nehme ich nicht, sondern ich nehme Römer 8, Vers 1. Das ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich nehme die Wahrheit auch gleich, weil ich habe Ausrüstung. Und schieße und treffe. Das Wort Gottes trifft immer. Amen. Du bist nicht mehr länger ohnmächtig. Wenn du dich ohnmächtig fühlst, vielleicht, ja, dann sei dir dessen bewusst, 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 dass du nicht ohnmächtig bist. Du bist bevollmächtig. Du hast Exousia. Vielleicht weißt du es noch nicht oder hast noch nicht so eine Offenbarung. Dann hör dir die Predigt nochmal an. Oder verbring noch mehr Zeit im Wort und red mit dem Heiligen Geist. Was soll das heißen jetzt für mich, dass ich nicht ohnmächtig bin? Ich fühle mich so ohnmächtig. Weißt du, wo du Gott am besten begegnest? Wenn du ehrlich bist. Wenn du sagst, ich bin auch verwundbar. Da bin ich schwach. Da war ich egoistisch. Oder da war ich feig. Auf der Ebene. Gott kann nicht auf der Ebene der Lüge und der Scheinwahrheit mit dir reden. Er kann nur auf der Ebene der Wahrheit mit dir reden. Wenn du ehrlich bist mit ihm, kann ich ehrlich sein mit dir. Er wird nicht sagen, geh mal runter auf dieses Scheinheilige irgendwas. Nein, kann er nicht. Sondern, du kannst ehrlich sagen, da fühle ich mich ohnmächtig. Zeig mir in deinem Wort, wie ich Exousia losschleudern kann. Die Dunamis, das ist wie bei der Steinschleuder. Dunamis, das ist der Stein. Exousia. Verstehst? So ist es. Du hast beides bekommen. Vollmacht und Kraft. Wir Christen sind nicht ohnmächtig. Wir sind nicht schwach. Wir leben ein starkes Leben, weil wir einen starken Gott haben, der voller Macht ist. Alle Macht ist ihm gegeben. Halleluja. So gut. Du kannst deine Autorität ausüben. Für dich, für dein Leben, dass du sagst, wenn du merkst, zum Beispiel, die ganze Zeit werden Sachen hin und irgendwie kommt eine Rechnung nach der anderen und irgendwie läuft gerade gar nichts, dann kannst du sagen, in Jesu Namen hat das aufzuhören. Teufel, du nimmst deine Hände weg von meinem Eigentum. Dann kannst du Exousia ausüben. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen im Leben, ja? Es wäre irgendwie blöd. Es wäre gut, wenn du Waffen hast, dass du sie auch zückst und verwendest. Weil dafür haben wir sie bekommen. Für uns, für unser Leben jetzt, ich sage es bewusst einmal jetzt, für dein Leben oder für die dir Anvertrauten, wo du auch bevollmächtig bist, in deiner Familie, wenn du betest für deine Familie, wenn du sagst, Teufel, nimm dir Hände weg von meinen Kindern. Oder so, ja? Du kannst deine Vollmacht auch ausüben, indem du sagst, dienstbare Geister, Engeln, bringt es Finanzen rein, bringt es Versorgung rein. Das ist auch, du bist auch dazu bevollmächtig. Wir wollen doch nicht eines Tages einmal im Himmel stehen und drauf kommen, was wir alles hätten tun können. Wozu wir eigentlich alles das Recht gehabt hätten. Wir wollen das herausfinden, wozu Gott uns berufen hat und geleitet von seinem Heiligen Geist das ausüben, was er für uns vorbereitet hat. Halleluja. Und wenn du zum Beispiel, einmal sage ich es noch, den Lobpreis heute genossen hast, dann war das, weil es gesalbt war. Willis und die Judit sind gesalbt zudem. Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Lieder singen ist nicht gleich Lobpreis und Anbetung. Haha. Das liebe ich so sehr, dass es so ist. Wir können in Autorität sprechen, predigen, lehren, befehlen, also jetzt nicht anderen, beten. Wir können im Glauben bekennen. Und das alles in Autorität. Du hast Autorität bekommen von Gott. Ursprünglich hat er gesagt, macht euch die Erde untertan, herrscht über diese Erde. Und dann haben wir die Autorität abgegeben. Jetzt haben wir es aber wieder. Du hast Vollmacht bekommen von dem, von dem es kommt. Halleluja. in Markus 16, in der Neu Leben diesmal. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Glaubst du? Du hast dich qualifiziert für das, was jetzt da kommt. Und bist ausgestattet dazu. Amen. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das ist es. Das ist der Missionsauftrag. Das ist es, wozu wir da sind. Wir sind da, um Freiheit zu bringen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. gebrochene Herzen zu heilen. Und jetzt möchte er es durch dich machen. Er möchte durch dich wirken. Er möchte durch dich noch mehr Wirkungskreid haben auf dieser Erde. Er braucht dich und mich. Und er liebt dich und mich. Und er liebt es, wie du bist. Er liebt deine Eigenarten. Er liebt es, dass du nicht so normal bist. Das müssen wir auch nicht. Wir sind special. Jeder auf seine Art. Aber er möchte durch dich wirken. Er möchte das so sehr. Und er hat dir die Ausrüstung gegeben. Du hast die Polizeimarke, du hast die Pistole, du bist voll ausgerüstet. Du hast alles, was es braucht. Es ist an dir, es einzusetzen. Halleluja. Vollmacht und Exorciere. Auf die letzte Folie freue ich mich schon ein bisschen. Muss ich zugeben. Matthäus 28, 18 schauen wir uns die noch mal an. Mir ist alle Macht gegeben. Jesus ist der Sieger. Ein für alle Mal. Alle Macht ist ihm gegeben. Er hat sie. Und du, wenn du in Christus bist, hast du sie durch ihn. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass du uns nicht zurücklässt wie Weisen, sondern dass du uns wie ein guter Vater seine Kinder ausgestattet hast. Halleluja. Mit Vollmacht und Kraft. Halleluja. Und wenn du in einer Situation bist, wo du dich ohnmächtig fühlst, dann machen wir jetzt einfach einmal die Augen zu. Genießen seine Gegenwart. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist, an diesem Ort am Wirken bist. Halleluja. Ganz besonders an denen, die sich ohnmächtig fühlen. Dass du ihnen zeigst, dass sie nicht ohnmächtig sein müssen. Halleluja. Dass du hinter ihnen stehst. Der brüllende Löwe. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns ermutigst, mit dem zu laufen, was du für uns hast. Halleluja. Dass wir wirken mit dem, was du für uns hast. Dass du uns zeigst, wo wir Vollmacht und Kraft einsetzen dürfen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, wir haben da vorne in der ersten Reihe ein Gebetsteam. Ich hätte es so gerne, dass wir noch ein bisschen Zeit in der Anbetung und im Lobpreis verbringen. Also wenn bei dir zu Hause das Wildschwein nicht anbrennt, dann bleib noch ein bisschen. Wenn es anbrennt, dann bitte sei gesegnet. Wir feiern noch ein bisschen den Herrn aller Herren, den Löwen von Judah. Halleluja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020